Ja, Information ist wichtig. Information ist vor allem zur Prävention unglaublich wichtig. Wenn wir nicht informiert sind, dann verstärkt das unsere Ängste. Deswegen ist es wichtig, wie es der Bund ja auch tut, dass wir informiert bleiben und über die Entwicklung Bescheid wissen. Es ist aber gleichzeitig auch eine Gefahr, weil umso mehr Medien wir konsumieren, umso mehr füttern wir vielleicht auch unsere Ängste. Deswegen ist hierzu raten, punktuell und kontrolliert Medien zu konsumieren, auch seriöse Medien zu konsumieren und das zeitlich zu begrenzen und eben nicht nur Nachrichten, sondern auch andere Informationen zu konsumieren, um auch die positiven Sachen nicht aus den Augen zu verlieren.